moin moin liebe leute und ein herzliches willkommen zurück zu green hell einer weiteren runde und ich werde natürlich weiter versuchen hier ja das letzte mal ich habe das ding nicht gefunden ich werde mal gucken das muss hier irgendwo sein ich weiß nicht ob das vielleicht da oben drauf ist oder so weil diese legenden alle zu finden das ist nicht einfach aber ich werde einfach mal gucken und wenn mich das das letzte ist was es nicht kostet so weil es das letzte ist was ich in meinem leben tun werde natürlich nicht also ich werde gucken dass ich hier doch irgendwie das war finde also irgendwie hier rein mal und den mal schnell abmoksen vielleicht habe ich hier auch irgendwas übersehen also irgendwo vielleicht da unten drin erst mal so und gekommen naja gut das ist das kleinere problem da runterkommen also die legenden die sind schon recht wichtig und ja ich habe mir noch mal gedanken drüber gemacht weil du warst du jetzt und zwar hier also ich habe zwar das gefunden hier mit das feuer muss leuchten wo ich hin muss und so aber das wasser ist verdorben sowie der zornige geist okay seine gabe wurde gestohlen also eben wurde irgendwas gestohlen gehen von einem schwebenden rauchmonster gut schwebend kann ich jetzt nicht so direkt was gut anfangen aber ich habe doch mal hier unten links unten rechts wie dieses schiff ich meine das ist ein dampfer rauchenden monster einem schwebenden rauchmonster gut schweben tut er jetzt nicht mehr also vielleicht meinen die auch mit schweben was so übers wasser es schwebt übers wasser ich habe keine ahnung aber das wäre jetzt so ein hinweis wo ich sagen würde okay da könnte vielleicht dass die gabe seien die ihm gestohlen wurde und dann müssen wir da darunter nahmen wenn ich da bin wenn ich noch mal da unten bin wenn wir noch mal gucken ich habe da bestimmt denn er was übersehen oder so aber jetzt bin ich erst mal hier oben das würde mich schon interessieren wo jetzt eigentlich bin ich sicher wenn ich jetzt mal hier runter taucht weißt du wo komme ich da noch mal hin ach so da komme ich irgendwie in diesem tümpel hin aber hier ist ja jetzt auch so eigentlich nichts also nichts was ich sehen könnte wo bin ich denn jetzt bei 37 31 37 31 ist irgendwie das bringt mich jetzt auch nicht weiter also da muss ich schon sagen also manche legenden steine sind anscheinend sehr sehr gut versteckt oder ich finde sie einfach nicht so ganz ich gucke es einfach mal da rein also wie gesagt ich habe mir jetzt eine karte mal genommen um da zu gucken wo es eigentlich alles ist aber hier wo das aber knapp das war knapp und gerade noch so eben entdeckt auch ein pfeil da ist noch skorpion wo könnte dieser blöde legenden stein sein also da bist du auch hier am suchen und am suchen dann fühlt sich doch nirgendwo hin na jetzt bin ich irgendwie 37 33 als bin ich hier hinten irgendwo als ich hier soll das irgendwie sein also neuer ort entdeckt und was war das jetzt okay das sind die drei weinenden dinge da da muss ich runter okay dann bin ich ja irgendwie jetzt irgendwie jetzt was weiß ich 38 34 38 34 was hier ach du grüne oder da ganz unten bin ich jetzt ich will doch da oben alter wo hat mir das denn das jetzt alles hingeht für die höhle ja interessant da bin ich jetzt aber weit von abgekommen also wo ist dieser legenden stein hier soll einer sein ich habe schon den anderen nicht gefunden wo bringt mich das jetzt hier hin ja irgendwie hier raus ich habe keine ahnung also muss ich schon sagen es ist echt nicht schlecht ich gehe mal hier hoch ich gehe mal hier hoch oh aber da oben war ich ja schon mal da also von hier oben konnte ich ja gut abschießen als bin ich bei 37 33 wieder 37 33 hat sich hier irgendwo muss noch ob ich jetzt den jemals finden werde das ist natürlich eine sehr gute frage ich weiß auch gar nicht ob ich alle legenden überhaupt brauchen okay da sind wir getaucht nein da will ich jetzt nicht noch mal hin dann gehe ich jetzt bin ich wieder hier na okay ich habe keine ahnung wo der sein soll irgendwo muss ich etwas übersehen haben die warte ich 36 32 32 warte mal 36 32 bin ich hier Entschuldigung. Okay, irgendwo hier. Dann gehe ich mal Richtung Norden, ne? Da geht es aber raus. Dann gehe ich mal hier lang. Was tut denn? Zeig dich doch einfach mal. Okay, da bin ich jetzt bei diesem Lager. 35, 32, 35, 32. Ah, hier muss der, glaube ich, sein. Hier muss er sich, glaube ich, irgendwo verstecken. Irgendwo unter Wasser vielleicht? Was schwimmt denn da? Okay, da sehe ich nicht wirklich viel drunter. Okay. Okay. Moment, hier mal ganz genau durch. Jetzt hier reingehe. Dann komme ich wieder hier hin. Aha. Wahrscheinlich schon zigtausend Mal dran vorbeigelaufen, ne? Ah, jetzt bin ich hier. Ja. Guck mal, da geht noch so ein... Ah. Da vielleicht mal durchschwimmen. Wir sehen ein bisschen gefährlich aus, diese Dinger, ne? Die Fische, aber... Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal da lang. Ich habe ihn gefunden, ey, Wahnsinn. Wow. Alter Verfalter, okay. So, hier fehlt jetzt noch einer. Hier noch zwei. Hier noch einer. Okay, so, jetzt habe ich den, ne? Alter. Ich muss erst mich kurz vergleichen. Den habe ich. Da ist einer. Den habe ich. Den habe ich da drin. Da ist einer. Hier soll noch einer sein. Den ich noch nicht habe. Okay. Ja, und hier oben, ne? Den da habe ich nicht gefunden. Gut, dann würde ich sagen, dann gehe ich jetzt erstmal nach Hause. Mal sich hier hin. Und dann vielleicht mal den hier angucken, ne? Alles klar. Ah, gut. Ah, mit ein bisschen Geduld. Geht das, ne? Okay, alles klar. Das war die nächste Legende. Muss ich nur mal kurz gucken. Ich bin jetzt bei 36, 31. 36, 31. Also, ja. Hier ist 100. Da bin ich, glaube ich, rausgekommen. Ungefähr hier da. Gut, dann müsste ich jetzt eigentlich nur südwestlich. Also, mehr westlich als süden. Also, so da, ne? Habe ich noch Essen dabei eigentlich? Ja, ich habe noch ein bisschen was zu essen da. Allein die Tonflasche nicht zerstören. Brauche ich was zu essen? Ja, doch. So, das mal essen. Das mal essen. So, alles klar. Zumindest mal gestärkt, ne? Okay, dann komme ich halt mal in den Zielen doch ein bisschen näher. Das Rauchmonster da unten angucken. Also, ich würde da nochmal zum Dampfer gehen. Und gucken, dass ich da wahrscheinlich, vermutlich, da irgendwas übersehen habe. Warte mal, Funkhirnverband habe ich. Ähm, was bist du nochmal? Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Tabak. Ja, ja, Tabakverband. Das ist doch ganz gut. Ah, jetzt sind schon wieder die ganzen Pfeile hier unten. Ah, jetzt. Ja, mit Gemütlichkeit, ne? Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Kommen wir doch einfach ans Ziel heran. So, Tabak. Mal gleich zwei Stück. Perfekt. Ja, wunderbar. So, die beiden Obsidians. Warte, oben liegen. So, und dann hier einfach irgendwie mal durch. So, guck mal. Ah, nochmal federn. Einmal einsammeln. So, dann wird doch hier langsam ein Schuh draus. Spät haben wir es eigentlich. Das ist 16 Uhr. Oh, doch. Dann komme ich doch ganz gut an meinem Lager an, ne? Müsste das eigentlich ganz gut passen. So, warte mal da. Müsste bald da sein. Ja, guck mal da hinten, da ist es doch schon. Jawoll. Schön. Schön, schön, da. Ah, okay. Vollplatzmeer. So, warte mal. Erst mal meinen Beutel voll machen. Ja, klatsch, 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 klatsch. Wie sieht es hier aus mit Fleisch? Oh, da könnte ich ein bisschen was gebrauchen wieder, ne? Ein bisschen wieder was zum Trocknen legen. Muss ich die natürlich erst mal wieder aktivieren. Und zack. Finde ich gut. Ich muss da keinen Köder reinpacken oder so, ne? Da laufen trotzdem da rein. Oh, oh, ne Nuss. Hallo, unbekannte Nuss. Bananchen. Oh, Bananchen ist auch alles da. Aber ich bin echt gut bedient. Äh, das brauche ich jetzt nicht unbedingt hier weitermachen. Mh, 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 mh. Achso, ja, einmal geht's schon speichern, ne? Genau. Wie sieht's denn so von der Statistik her aus? Hier überlebt 24 Tage, gereist 38,3 Kilometer, erbrochen null Mal. Das ist doch mal nett. So, einmal schlafen. Ich kann ja mal zum Häuptling gehen, ne? Vielleicht verrät er mir ja irgendwas über diese Legende, was ich bezweifle, ehrlich gesagt. Was ich ganz ehrlich sage, bezweifle ich. Oh, da ist noch gar nichts drin. Okay. So, ne Banane essen. Da hat's auch nochmal einen Nuss. Jetzt hängt hier ne Molinera im Satzkasten mit drin. Auch nicht schlecht. Okay, komm, ich geh jetzt einmal... Achso. Nein, ich geh jetzt nicht einmal. Mal, ich geh jetzt nochmal kurz... Hier komplett... Ah, ja, so ist schön. So, ihr habt aber nix, ne? Ne, es hat ja noch nicht geregnet wieder. Hm. Ein Blutegel. Ein Blutegel kommt selten allein. Drum hockt er hier zu zweit an meinem Bein. Oh, zu dritt. Alles klar. So, lass mich mal kurz den Stammes-Häuptling hier aufsuchen. Hallo, meine Lieben. Alles gläschen. Ich bin da. Nachst du mir vielleicht irgendwas? Nein. Okay, man muss tatsächlich... Oh, ne verdorbene Nahrungsration. Die nehme ich mal mit. Immer wieder was drin oder was? Okay. Spricht immer miteinander, das ist ganz okay. das war power pilze hier ist auch wenn man dann startet das ritual muss ja das würde mir als zehn wahrscheinlich mit 800 vertrauenspunkte vermutlich ja komm power up pilz mein power pilz und könnte auch schon fast energy drink sagen alle am schlafen aber das dorf wird besser mit mehr was ist denn jetzt mein ziel mein ziel wäre jetzt da jetzt muss ich aber erstmal gucken das sind die verpflegung ja hier wieder aufrecht lauf püppchen lauf püppchen püppchen lauf oh yeah so das heißt bestimmt was drin natürlich ist da was drin mein alt bekanntes beliebtes wasser schwein also wenn ich immer mal knochen brauchen sollte da habt ihr mehr als genug jetzt immer noch sehr schwer jetzt echt wieder in dem fleisch oder tatsache das weiß wiegt halt immer sehr viel das baby ich komme ich werde dich an den trocken gestell hängen einmal das dann ist es bei meiner nächsten wiederkehren nicht schön getrocknet und dann können wir das mal mitnehmen das wasser schweinfleisch hält zwei tage das reicht mir aus vielleicht auch so eine frucht denn so eine frucht essen dann packen uns zwei bananen ein nüsse habe ich mit drin eine bisschen nahrungsration aber ich bin sehr schwer obsidian haltbarkeit obsidian achs drei prozent ok ist fast kaputt das sollte ich obsidian auf jeden fall mitnehmen zwölf federn habe ich schon wieder also sieben habe ich jetzt zwei parasiten da ich war schmutzig da vergesse ich auch immer bevor ich esse dass ich einfach mal mich eigentlich vorher war dass ich immer wieder naja mein gut ist nicht so schlimm die haben mich bis jetzt noch nicht umgebracht da ist noch mal so ein stammessperr 40 prozent was habe ich 83 prozent stammessperr ok in welche richtung müsste ich denn wenn ich jetzt hier an der ecke stehen müsste ich eher so westlich nordwestlich also da so ungefähr einmal um den block herum ok das mache ich doch da aber das mache ich in der nächsten folge dankeschön fürs zuschauen und bis nächstes mal tschüss ja 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 Vielen Dank.